Hmm, 69% Biological Laboratories, Building Directory, Neurology, äh, Horrorjumper, was bedeutet das? Das bedeutet, wir müssen noch jede Menge Aufzüge fahren. Oh no. Oh doch. Das Sex geht weiter. Oh yeah. Und es wird versauter denn je. Ja, mal schauen, ne, in meinem langen Stößel hier. Denn ich habe einen Kater und der macht Miau. Ja. Oh man. Und ich habe einen Wäsche-Koller, ne. Oh ja. Ich habe heute Wäsche gemacht am Morgen. Weißt du was, da kam ich runter, in dem Haus gab es ja nur eine Maschine, ne, so Gemeinschaftsmaschine, ne. Ja. Ich habe mich schon seit einer Woche eingetragen, Sonntagmorgen, sieben Uhr, immer, mache ich immer, ne. Oh. Und nachher gehe ich runter, die Maschine war voll von irgendwelchen Unterhosen von jemand anderem. Was? Und ich so, okay, räume aus, häng, häng ihm das Zeug noch im Trockenraum auf, ne. Das ist nicht heiß, ich hätte es einfach hingeschmissen, ne. Ja, ja, klar. Jetzt trocknet das dort und der hat es ihm noch nicht geholt. Echt? Der hat das bestimmt nicht gesehen und denkt dann so, boah, wer hat denn schon wieder meine Unterwäsche geklaut. Ich fand das geil, das war von einer Frau, glaube ich, aber es war ein komischer Unterhosen, darum. Oh, okay. Ich habe jetzt aber nicht mehr weiter drauf eingehen. Also, war das keine dreckige Wäsche. Nee, sonst bekommen wir auch noch einen Ständer hier, ne. Oh, ja. Und Ständer zu bekommen ist scheiße. Oh, äh, ja, nicht beim Aufnehmen. Und in diesem Atemzug, ne, hat es ja keinen Platz für meinen riesen Pferden, Pferde-Penis, ne. Oh, du, du wirst gleich meinen sehen, aber der, der ist unsichtbar. Er ist zensiert. Äh, wie macht man nochmal auf? Aha, so. Indem man A drückt. Das doch hier. Ja, genau. Achtung, er spinnt wieder. Alter. Doch, das haben wir, glaube ich, schon gesehen. Doch, ich glaube auch. Du, du kamst irgendwie zu mir. Hat das nicht gespeichert? Warte, warte, warte. Abwarten, abwarten. Och, nö. Jetzt, ehrlich? Haben wir die... Moment. Die haben wir doch, glaube ich, gespeichert, oder nicht? Warte mal, die machen sie einfach mal, die optional. Vielleicht ist es eine andere. Glaubst du nur, dass es schon wieder so ist, dass, äh, die einfach den Clip recycelt haben? Alter, ich drücke immer den falschen Knopf, ne. Ja, ist ja nicht schlimm. Sein Dishonored ist alles mit X, hier musst du alles mit A betätigen, ne. Ja, stimmt. Ich habe jetzt, äh, ähm, gesehen, man kann ja, äh, entscheiden zwischen, äh, diesem Mädchen da und dem Clip, ne. Der Vater und der Vater, ja. Hey, wenn Sie was tun, was gar nicht da ist, müssen Sie es mir sagen. Okay, Carver? Nein, jetzt machen wir die Scheiße nochmal. Ja, es kommt mir sehr bekannt vor. Nein, nein, das haben wir schon letztes Mal gemacht. Ach, ja, egal. Rennen wir einfach durch mit viel Kommentar und dann merken die Leute gar nicht, dass wir das schon mal gemacht haben. Genau, die, die sehen gar nicht, diese Zinnsoldaten. Die gibt es eigentlich gar nicht. Ja, komm, du mit deinen Zinnsoldaten, das sehe ich. Oh ja. Sie sind überall. Sie stehen alle stramm. Tschüss. Tschüss. Die Tür hatte sich gerade geöffnet. Vielleicht für die Tür, ne. Hätte sie wieder zu. Jetzt habe ich sie wieder geöffnet. Nice. Oh mein Gott. Ach ja, stimmt. Der Sucher-Bot ist ja wieder da gewesen. Jetzt wollte ich dich verarschen. Wir gehen direkt runter, ne. Verdammt! Egal, solange der Sucher-Bot jetzt zurückgekehrt ist, ich ihn mitnehmen kann, ist alles okay. Ja, solange ich meinen Dildo nicht mitnehmen muss, ne, ist auch alles okay. Ja doch, bei den ganzen Gegnern. Kriegen wir uns runter, Scotty. Aufzug fahren, ey. Vor allem die Gegner, die die Rosette im Gesicht haben. Ich gucke dich mit meinem Licht an. Oh. Wie es so schön funkelt. Ja, ich habe es extra poliert. Ganz lange. Wenn du verstehst, was ich meine. Guck mal, wie ich am Stoßen bin. Alter, bist du ein Stoß-Profi. Oh ja. Wir beide sind Stoß-Brüder. So, Hans, wir, it's party time. Oh nein. Er ist ein Gegner und ich habe ihn weggeballert. Und das war gerade ein bisschen extrem. Hinter dir, hinter dir. Wie hinter mir. Hinter dir. Wo? Er verarscht. Alter. Ich habe jetzt echt gedacht. Oh nee, das ist doch... Ach, das ist die eine Mission, wo wir gedacht haben, hier passiert irgendwas mit diesen Räumen. War so, äh... Oh ja, da, du hast recht. Oh nein. Ach nee, das ist schon wieder. Ja doch, da müssen wir leider durch. Aber wir können alles noch einmal einsammeln, ne? Ja, stimmt. Das Inventor wurde gespeichert. Das ist aber gut. Das heißt, wir kriegen mehr zuhause. Ja doch, du hast recht. Die Mission hatten wir schon mal. Oh, ist das langweilig. Jetzt kommt hier irgendwo ein Gegner raus. Die Schnellen. Oh mein Gott. Ach ja, das sind ja diese Schnellen, ne? Oh, oh, oh. Ja, ich sollte mich schon ein bisschen anstrengen, auch wenn es nicht unbedingt der Fall ist. Naja, ich habe ja wenigstens noch den Raketenwerfer, also von daher. Ey, Alter. Der will nicht. Oh ja, nice. Körper. Äh. Der ist wie so ein Exorcist, ey. Auf zu Exorcisten, ey. Ich bin gar nicht mehr aus, da. Äh, ja. Irgendwie so. Irgendwie so. Hauptsache, der ist stehen geblieben. Ey, diese Explosion ist so heftig, ne? Ich schieße wirklich neben diese, äh, diese Kiste oder was ist... Ne, keine Ahnung. Was auch immer. Ähm, daneben. Und die Explosion trifft mich trotzdem. Ja, das ist, äh... Das ist eine Wucht. Und hier recyceln wir wieder. Oh ja. Du musst ein bisschen dein Leben erfüllen, Schatz. Oh nein. Oh, nicht schon wieder. Ich sehe es schon wieder. Bis ich mich auf den Grund kriege, äh. Aura. Oh nein. Toll. Die kleinen, die kleinen Kiddies. Wann kommst du heim? Der Kindergarten. Ja genau, das war das. Der Kindergarten, oh nein. Wo bist du, Ned? Ich habe mich befreit mit zwei Schüssen. Das ging aber schnell. Bestimmt, weil ich die Schose schon kannte. Ich muss nachladen. Wow. Wie ich einfach zurückgestoßen werde, das ist... Okay, das klingt natürlich wieder zweideutig, ne? Alter, immer das gepenisgesteuerte Monster, ey. Oder... Was immer Sie sehen, es ist nicht real, Mann. Das hätten wir uns auf dem letzten Part sparen können, ne? Ja, das denke ich mir irgendwie auch. Tut mir leid, Leute. Ich bin schoß. Ah, so ist das nun mal. Was willst du machen? Ich wollte die 69% beibehalten. Ja, die waren so schön. Wegen 69 Stellung und so weiter. Ne, sag du. Das hätte ich jetzt nicht herausgefunden, ne? Ich habe gespoilert. Ich bin jetzt 12 und habe keine Ahnung von 6. Von 6? Oh, hi. Von dead 6? Wo bist du? Bist du Leiter hochgeklettert oder so, ne? Nee. Ich bin durch die Tür gegangen. Ach. Du konntest durch... Ach so, die Tür... Da kam ein... Du konntest durch die Tür gehen, okay. Mein kleiner Schatzi und hat mich ein bisschen erschreckt. Oh. Was ist denn hier drin? Warst du da schon drin? Oh. Das kommt uns auch sehr bekannt vor. Oh, guck mal. Recyclingraum Nummer 3. Ja. Alles recycelt. Und das Geld wieder los. Oh. Wir wollten natürlich an nichts sparen, ne? Beziehungs... Ja, was heißt an nichts sparen, ne? Wir haben gespart, aber sowas von... Wow. Das ist ja voll die Party hier. Hilfe. Oh nein, erwähnt dich. Alter. Du bist aufgestorben. Ich hab mich selbst in die Luft gejagt. Aber ich nur auch. Ich hab' vielleicht mal zwei. Und... Und weißt du, wie wir vorgeglüht haben? Kennst du Stroh? Stroh? Ja, das hat, glaube ich, äh... 85 oder 80 Prozent. Irgendwie so. Ah, das kann's auch. Das schmeckt aber voll ekelhaft. Riecht nach, äh... Sekundenflieger. Hört gerade drauf. Aber wir haben das mit, äh... O-Saft haben wir das gemischt. Weil wir hatten nix anderes. Und das Lustige war... Ähm... Das hat sogar geschmeckt. Beziehungsweise man konnte das damit treten. Ne. Ey, diese Explosionen, die machen dir keinen Schaden. Aber mir, ne? Voll sinnlos, aber okay. Hauptsache, du stirbst davon nicht. Da ist Stroh rum. So wie das da ja noch heißt. Ja, genau. Ja, ja. Okay. Aber nicht komplette Flasche, ne? Da... So eine Ginflasche. Ich hab mir so eine Ginflasche gekauft. Die ist neu im Sortiment bei uns. Die kommt aus irgendeinem Teil von der Schweiz. Und wird erstmal irgendwie fünf Jahre gelagert. Keine Ahnung. Komm, hier. Ich hab nicht genau gelesen. Und da wird das über einen Bergkristall gegossen. Und dann wird das abgefüllt. Alter. Bei dem Stroh rum, das... Das ist aber eine Flasche, die ist schon, keine Ahnung, zwei, drei Jahre oder so fast schon alt. Die hatten wir einfach mal geholt, beziehungsweise ich. Und der Freund von mir, der hatte die noch. Da meinte er, meine ich so, komm, die trinken wir jetzt einfach mal aus. Alter. Da meinte er so, ja. Weil er hatte auch keinen Bock unbedingt nochmal Geld auszugeben. Da hab ich gesagt, ja. Dann komm. Da bist du ja hake-dicht. Hast du ja, hast du ja per Audio-Nachricht gehört? Ja, alter. Fast ein Hörsturz, ey. Boah, das war so laut, ne? Ich hab immer noch voll den Ohrwurm. Dieses... Woa, 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 woa... Can you see your hand? Irgendwie so. Oder wie... Ciao. Wie hieß eine Lieder. Bye. Tschüss. Wie, du bist durch die Tür? Alter. Nein. Ich seh's schon wieder. Ich bin hier oben. Wieder die ganzen Kindergarten-Kinder, aber ich glaub an denen vorbei. Ich geh direkt zum... Malka, was? Hier ist er? Doch, da ist er doch. Boah, ein Schuss, das reicht? Ja. Oh, sie fängt wieder an zu schreien. Alter, wieder rum. Alter, ich freu mich ein bisschen auf, ne? Diesmal bin ich sogar ein bisschen schneller da. Was ist das, oder? Oh ja. Du, du, du Drecksack, doch. Ich, ich hol dich runter. Ich, äh, ich meine, ich hol den Aufzug runter. Oh, ich hol dir eine runter. Hast du jetzt gerade gesagt? Oh, ich blass dir ein. Wenn Sie gehen müssen, gehen Sie. Wir müssen runter. Ich muss das hier beenden, Isaac. Ach, schatz, wird abhauen ohne dich. Unsichtbare Wände, meine Lieblinge. Oh ja. Ja, das Beste im ganzen Spiel. Nach den Aufzügen. Oh, Wolfram. Oh ja? Bei mir lag da nix, da lag nur Altmetall. Ja, du weißt doch, die Gegner, äh, random. Warum hast du so viel Glück? Äh, weil ich geil bin. Oh. Weil ich anständig bin. Bist du wieder am, äh, Roboterfrauen suchen? Oh ja. Ähm, welchen Weg gehst du gerade? War da noch irgendetwas? Ne, nur ne Kiste. Nein, scheiße. Das schäumt ihr hier. Nein, das ist nice. Ähm, ja, wo sind die? Ach, da oben. Wow, das war aber knapp. Alter, diese Wucht. Ey, ich schieße da oben gegen und ich flieg trotzdem zurück. Hast du das gesehen? Ja. Das Geräusch, ey. Da unten. Das ist einfach so krass, dieser Schaden, der da mitgemacht wird, ne? Blatt hier. Ähm, ja, wir können das Ding jetzt mal drehen, oder? Ich hab jetzt gedacht, warum bewegt sich das nicht? Bitte, die Schwarzen kommen. Die müssen abschießen, die Weltkrieg. Oh ja. Und, hast du ja Watch Dogs 2 geholt? Ja, hör auf, ey. Das ist doch so ein Scheißspiel. Oh ja. Hi, I'm Lindsay. Ey, meine PS4 hat wieder gespucht, ne? Ich bin heute aufgewacht und die CD, also die Blu-Ray hat rausgeguckt. Ah ja, das ist passiert. Das hat bei mir auch immer passiert. Da habe ich sie einmal, wie ging das? Lang auf den Ausschaltknopf drücken. Ah, das ist eine Phase hier. Ja, stimmt. Auf den Ausschaltknopf drücken. Nachher, wenn du das gemacht hast, vom Strom nehmen oder erst nach vor vom Strom nehmen, dann wieder anschließend fünf Sekunden auf diesen Knopf drücken oder keine Ahnung. Irgendwie so? Ja, ich habe das auch so gemacht. Ich habe das Stromkabel mal entfernt, weil gar nichts mehr ging. Nein, ablesen, wirklich. Das geht schon. Das heißt, ein paar Mal braucht es, wenn man klappt. Bei mir hat sie das jetzt seit Jahren nicht mehr gemacht. Äh, seit Monaten nicht mehr. Die PS4 ist jetzt schon... Wie lang ist die eigentlich schon draußen? Zwei oder drei Jahre, ne? Boah, schon krass, ne? Wie schnell die Zeit vergeht. Ja, wenn man Spaß hat. Oh ja. Was macht hier unten? Wir müssen nach oben. Und danke fürs Heilen, ne? Oh ja, bitte. Alter, ich bin jetzt viel geiler. Oh ja. Aber wir müssen da lang. Nee, aber es hat mich voll gewundert. Und jetzt gerade eben, bevor wir dann angefangen haben zu skypen, ist es dann so gewesen, dass die PS4 nochmal kurz ein Geräusch von sich gegeben hat. Was ist denn? Oh ja. Ich gebe es ihm vor hinten. Oh, wo sind die? Die explodieren. Oh nein. Oh nein. Ich kriege Angst. Oh ja, er ist zerfetzt. Wo? Alter. Diese Explosion. Warte mal. Was ist denn? Wow. Weg. Nein, der war hinter uns. Voll explodiert, ey. Von allen Seiten hin und her. Am fliegen. Was ist eigentlich mit Pokémon Sonne und Mond? Hast du das schon geholt oder holst du das für die Switch? Ich habe beide schon. Ja, echt jetzt? Ich habe ihn zu schwer bekommen. Oh nein, ich sehe schon wieder. Oh nein. Jetzt kommen diese Kinder. Ich mache den Barsch kaputt. Ich mache ihn kaputt. Ich laufe dahin. Alter. Ähm, ja, der Marker hält jetzt irgendwie mehr aus. Und ich habe keine Heilung mehr. Nein. Nee. Alter. Ich habe ganz knapp überlebt. Ist das Heilung? Alter, holy shit. Ist das euer Ernst? Nein, ich bin tot. Ich habe die extra schon alles gegeben, ey. Und du stirbst einfach. Boah, ich dachte, wir kommen ins Ganze an den Anfang. Was habe ich denn eigentlich jetzt gemacht? Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt in der Heilung? Was ist denn jetzt in der Heilung? Ich hoffe. Ich muss auf jeden Fall von diesen kleinen Kissern abhauen. Ja, äh, bei mir passiert überhaupt gar nichts. Wirklich. Du machst hier nur deine Bewege. Ah, jetzt ist es gleich. Echt jetzt? Bei dir kommen keine Gegner? Aber bei mir, ne? Ja, klar. Wie? Mach uns vollkommen. Ja, was ist vollkommen? Sie will gestochen werden. Ah, ja. Ich hab uns vollkommen gemacht. Ich bin gekommen. Neu spaziert, ne? Endlich. Ziel erfüllt. Das muss jetzt aufhören, Mann. Nicht bevor wir die Marker stoppen. Der einzige Grund, warum ich noch lebe, ist der, um meinem scheiß Leben einen Sinn zu geben. Ne, ne. Alles meins, alles meins. Alles meins, meins, meins. Aber was merkwürdig ist, müssen wir dann Rosetta schon wieder zusammensetzen? Ne, ne, ne. Wir müssen nur noch ein Teil. Ja? Oh, Gott sei Dank. Ich geb dir ein bisschen Müll. Dann hat sich das bestimmt irgendwie überschnitten oder so, hab ich das Gefühl. Ne, es hat einfach das nicht gespeichert. Warum auch immer. Oh, ich hab Objekte von meinem Partner erhalten. Wir gehen, komm. Was denn für Objekte? Heilmittel. Oh, ja. Oh, da liegt ja noch mehr. Oh, ja. Hast du noch mehr? Hast du noch Platz? Ähm. Ja, ich hab mal jede Menge Platz. Ich hab kaum noch Munition und den ganzen Kram. Ich geh mal hierhin. Oh, ja. Ich bastel mir mal ne Frau. Oh. Ich hab mich spoilern lassen vom Spiel. Ich geb's zu, ne? Ich hab mal so einen Speedrun gesehen, wo einer zwei Stunden gebracht hat für das ganze Spiel. Echt jetzt? Da hab ich ein bisschen vorgespult und dann sag ich den Endboss und dass sie Ellie wieder küsst. Also Ellie küsst wieder Isaac und ich dachte so, what a bitch. Echt, dass du dich spoilern lassen? Ja. Nee, nee, nee. Tut mir leid, Schatz. Aber, aber es sollte Blind sein. Blind Date. Blind Date. Ich weiß. Wie kannst du nur? Ich nehm jetzt. Die ganzen Leute, die denken sich jetzt auch so, oh Gott. Das Arschloch. Das Arschloch. So, ich hab mir jetzt erstmal durch das Gleitgehe, jede Menge Heilung geholt. Oh, nice. Uh. Das muss jetzt aufhören, Mann. Hast du gehört? Ich muss beenden, was ich begonnen habe. Oh ja. Scheiße. Wie beim Geschlechtsverkehr. Ja. Schatz, wo geht's lang? Wir müssen Aufzug fahren, oder? Ja. Warte mal, gab's nicht ne Abkürzung? Haben sie gefunden, wonach sie gesucht haben? Vor einer Weile haben sie mich gefragt, ob ich wüsste, warum ich das mache, warum ich zu diesem scheiß Planeten kam. Und? Es gibt einen Preis für das, was ich getan hab, Isaac. Und ich werde dafür sorgen, dass er bezahlt wird. Hier ist der Aufzug. Ach so, du... Was machst du denn? Willst du komplett skillen, oder was? Ja, jetzt hab ich alles voll. Panzerung voll, Luft voll, alles voll. Nice. Oh yeah. Dann mach ich das jetzt auch mal. Ich hab ja schon einiges. Aber da geht noch mehr. Oh ja. Ich glaub, wir kriegen, wenn überhaupt, noch ein oder zwei Anzüge. Und dann ist das Spiel vorbei. Nein. Oh doch. Oh ja. Lass mich an die Station. Wir müssen wieder da lang. Wieder den Aufzug auf. Oh ja. Das ist komplett geskillt. Aber das noch nicht. Das skill ich jetzt einfach mal. Nee, das andere mach ich gar nicht. Das scheiß Dreck. Das skill ich jetzt auch. Und das. Und das kann ich noch nicht. Weil mir dieser EN-Bandler noch ein bisschen fehlt. Sonst hätte ich alles komplett, so wie du. Oh. Alles komplett wie ein Döner. Aufzug fahren, wie wir das lieben. Dich schon wieder, ey. Oh, ich fand das so genial, wie du dich da durchgequält hast bei Konkass, ne? Alter, du denkst das vorbei, ey. Ey, du weißt gar nicht, wie ich geschmunzelt hab und gelacht, ne? Das. Boah. Das ist ja auch brutal, ey. Vor allem mit dem Krieg, mit dem Krieg, deine Gesichtsausdrücke. Ich find das so genial, dass du das noch mit der, äh, Facecam dann noch gemacht hast, weißt du? Ja, die kann ich, äh, ab nächster Woche nicht mehr machen. Irgendwie spinnt die total. Echt? Ja, ich hab das bei einem gesehen, irgendwie im Hintergrund mit dem grünen, äh, Screen oder so. Nee, das ist nicht das Problem. Irgendwie ist halt, ich aufnehme diese, ausgestern, irgendwie hängt sie nach. Oh, schade. Du siehst das auch, reich, wenn du aufnimmst und ich mich bewege, sieht das aus, als ob ich ein, ein Glas Milch bin oder so. Hey, wir hätten eigentlich an der Werkbank gemusst, oder? Ich glaub schon, oder? Ah, nein, es ist alles abgelegt. Ich muss, ah, nee, stimmt, ja. Aber ich hab jetzt trotzdem viel zu viel dabei. Oh, müssen wir zurück. Oh, ja. Bevor es nachher wieder heißt, so und so. Ja, Leute, das wird ein, das wird ein Special Part, wo ihr die Mission das zweite Mal gesehen habt. Wir recyceln jetzt schon die Parts. Ja, das ist so, zu Armsinn. Wir machen es so, wie die, äh, Spieleentwickler es gewollt haben. Alles recyceln. Oh, ja. Ja, ist gut für die Umwelt, oder nicht? Ja, auf jeden. Also, wir machen es vor und ihr müsst es nachmachen. Soll ich verkaufen? Nee, verschieben. So. Ja, so ist in Ordnung. Das müsste reichen. So. Ich bin wieder weg. Okay. Leck. Dann lass uns Rosetta zusammen zusammenpflückel. Oh, ja. Wir müssen Rosetta reparieren. Reparieren. Du Arschluchleck. Genau, lass, lass mal da lang gehen. Hab ich mir auch gerade gedacht. Moment mal, das kommt mir bekannt vor. Sind wir hier nicht schon mal lang gegangen? Ja, vielleicht ist es auch gecycelt. Alter, ist dein Körper. Alter, der hat sich... Okay. Oh nein, das habt ihr nicht richtig gesehen. Ah, bei BK könnt ihr das sehen. Tschüss. Nein, bei mir auch nicht. Du warst ein Bild. Der hat sich selber umgebracht. Sah das so eben bei mir aus? Wo ich in dieser Matrix war? Ja, hallo. Ich hab was gefunden. Hallo. Wo bist du? Hier. Wo ist hier? Ah, hier. Hier. Oh, du hast recht. Sonst wird Klausi und Denzel wieder aggressiv, wenn wir es nicht am richtigen Platz ablegen. Oh, ich hab eine Errungenschaft. Metalldetektor. Ja, viel Spaß. So, hol ich mir jetzt auch. Ich leg einfach alles ab. Ich leg einfach alles ab. Dann, dann leg ab, was abzulegen ist. Kann ich ablegen. Zu viele Bots angesetzt. Zu viele Bots angesetzt. Guck, der Bot fährt weg. Tschüss. Aber ich fand den Online-Multiplayer im zweiten Teil besser, weil da konntest du ja dann die Necromorphs spielen oder dann halt, ja, die Menschen. Und, das war schon sehr, sehr cool. Also, es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Da war ich sogar ganz gut drin für eine gewisse Zeit. Aber ich hab mich voll verschlechtert. Oh, nein. Was ist das? die Stalker. Hab ich getroffen? Ich opfle mich. Ö, da. Boah, wie der einfach in die Ecke geflogen. Alter, was hat er mit dir getan? Er hat mich wie ein Stier aufgespießt. Alter, ich hab das voll gesehen. Ich dachte mir, was ist jetzt los? Was? Jetzt ist der Bot wieder nicht da. Oh, nein, ist der nicht. Ist das dein Ernst? Einer hier. Einfach, weil es so schön war. Jetzt zeigt er irgendwie in die Richtung. Echt jetzt? Ja, Moment mal. Lass mich raten. Ich geh da lang. Ich hab meinen ganzen Kram wieder dabei. Egal, scheiß drauf. Ich werd sowieso genügend Energie verlieren. Was denn? Da kommt ein Monster. Wo? Wo vorhin den Ding abgelegt haben. Echt jetzt? Komm her. Warum kommt da jetzt Monster? Ich kann's nicht länger halten. Sind die eben nicht gespawnt, oder? Alter. Die sind eben nicht gespawnt, oder? Nee. Aber warum jetzt? Warum kann ich den jetzt? Ja. Egal, lege ich einfach ab. Nee, da war hier, genau hier. Verdammt, echt jetzt? Nee, der zeigt bei mir in diese Richtung. aber dann ist bei dir kaputt gegangen, das Spiel. Ist jetzt wieder irgendwie total Banane. Ist es die A. Genau. Komm, wir gehen jetzt die Stalker killen. Oh ja. Komm. Bevor sie dich wieder aufspießen. Ja. Ich hab nicht nach links geguckt, weil ich Angst hatte. Aber dass sie dich one-hitten können, das wusste ich gar nicht, oder hat sie Energie schon vorher verloren? hat mich einmal getroffen, dann direkt wieder kam, aufgestanden bin. Äh. Oh yeah. Alter, Falter. Junge, Junge. Oh nein. Er will mich. Nein. Oh, BK, Retter in der Not. Ist ja schon gut. Für das bin ich da. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Küsst mich, küsst mich so, wo noch niemanden geküsst hast. Oh. Warte mal. Wir müssen nicht da lang. Nee, hab ich gemerkt, da braucht man eine Karte. Ach nee, nicht schon wieder eine Optionale, wo dann nicht speichert. Ja, wo wir das nochmal recyceln. Ja komm, das letzte Lay ist doch sowieso schon voll chaotisch. Da fällt das auch nicht mehr auf, oder? Ja, vor allem, ne. Ja. Ich sehe aus wie ein Mongo, ey. High Security Area. Also komm, Mr. Dumpfbaki. Mr. Dumpfbaki. Oh. Eis. Da ist irgendwas drin. Rosetta, bist du es? Ich höre was. Stalker. Alter. Dieser Rückstoß, ne. So fliege ich auch immer weg, wenn ich gekommen bin. Oh Mann. Oh Gott, oh Gott. Nein. Wo ist? Ey, da pass auf hinter dir. Die übertreiben wäre übertrieben. Die übertreiben wäre übertrieben. Die besten Sprüche heute. Alter. Wie viele? Ich will meine Bunge nicht einsetzen, weil die sind viel zu nah manchmal. Oh, oh, oh. Irgendwie wollen die nur dich, kann das sein? Mich lassen die zum größten Teil in Ruhe. Alter, was geht mit wem? Junge. Alter. Ich mach's zurückgegeben. Wie viele sind das denn? Das war's? Welches Spiel ich hab gerade jetzt das hier? Das ist doch schwer. Irgendwann machen wir mal einen Stream mit Hardcore. Ne, ja, oder unmöglich, oder was auch immer. Das Spiel passt nicht mehr an, ey. Ich hab die Wandfahrt zweimal durchspielen, hab ich keine Lust. Ja, glaub ich auch irgendwie. Ja, das sind kaum Special-Sachen, ne? Das ist voll schade. Die hätten's schon besser machen können. Eins nach dem anderen. A, von A bis Z. Z bis A. Guck mal, ich hab eine Kiste. Oh, warte, 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 oh. Oh, das haben wir auch noch nie ausgetestet. Was denn? Dass du jetzt am Schießen bist und ich schlage dagegen? Genau. Wo bist du? Hier. Partner war, ach so. Da läuft er ja schon vor. Leute, er kann's nicht abwarten, wenn er will unbedingt mit dem Aufzug fahren, aber das ist ja jetzt hier grad keiner, oder? Oh, hast du diese... Können eigentlich werden, oder? Oh. Oh. krankhaft rote Marker her, Duplikate nach dem Abbild des Originals. Sie sind ein Teil von uns, jeder Planet, der uns gewahr. Vielleicht sogar noch mehr. Wir alle müssen unsere Rolle in der natürlichen Evolution des Universums erfüllen, Isaac. Was Sie anscheinend nicht akzeptieren können. Können wir nicht, ne? Ne, scheinbar nicht. Wenn er es ja sagt, ne, er muss es ja wissen. Ich hatte Lust. Er weiß ja alles. Er weiß einfach alles. Er ist der Schlau-Kopf von Art Attack. So, Leute, ich glaub, wir können hier beenden, oder? Oh ja, der Part war ja so gut und deswegen müssen wir ihn hier auch beenden, weil es wird dann spannend für... Im Tiefkühlfach beenden, ne? Man sieht es ja, das müssen Rosettas verwandte sein, oder so. Keine Ahnung. Das sind Riesen-Rosetten. Oh ja. Sag was. sollen wir es tun? Ah. Okay. Leute, ich hoffe, ihr lasst uns einen steifen nach oben und wenn nicht, dann einen schlafen nach unten und kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann, haut rein und schaut wieder ein, wenn es wieder heißt, PK und Horrorjumper mit Gleitgel eingerieben. Haut rein. Ciao, ihr Schwulis. Das. Bis gleich. Shit. Vielen Dank.